Ratgebergeld.at, die Zukunft des Tradings beginnt hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Marktbericht hier bei Ratgebergeld.at, Montag, den 3. April. Und ja, es ist mittlerweile wieder ein bisschen ein Zurückkehren der Bullen in die wirklich sehr, sehr schöne Trendphase aktuell des Marktes. Und wir haben auch zu Recht folge Woche bereits Anfang und Mitte der Woche begonnen, verstärkt erstmals seit vielen, vielen Wochen wieder hier in Richtung Long Swing Trades zu investieren. Und der Erfolg gibt uns Recht, also wir haben absolut zum richtigen Zeitpunkt hier reagiert. Große Frage war natürlich lange Zeit, wird die Nasdaq mit diesem Breakout nach oben den S&P mitziehen oder wird der S&P eher die Nasdaq mit nach unten ziehen? Ich würde sagen, die Antwort darauf haben wir bekommen. Wir haben den Technologieindex zum ersten Mal längerfristig wieder in einer bullischen Verfassung, nämlich hier hoch, höheres hoch, nochmal höheres hoch. Das bedeutet, wir sind im Technologiebereich in einem neuen klaren Bullenmarkt. Das ist quasi der Beginn einer Stage 2 Phase und das ist natürlich ein sehr, sehr starkes Gesamtzeichen. Im S&P 500 Index fehlt natürlich noch ein bisschen was. Da müssten wir die 4200 Punkte Marke noch oben durchbrechen. Aber wir sehen, dass wir also jetzt hier auch ein weiteres, höheres Tief gebildet haben. Sehr, sehr wichtig jetzt natürlich gerade hier im Wochenchart. Und mit diesem weiteren höheren Tief steigen natürlich die Chancen auf weitere Aufwärtsbewegungen. Also 4200, wenn wir die noch brechen, wäre also auch der S&P 500 Index erstmals wieder in einem neuen Bullenmarkt. Ja, schauen wir uns, bevor wir zum Portfolio aktuell kommen, auch die restlichen Randmärkte an. Der Goldpreis weiterhin sehr, sehr stark unterwegs. So wie auch beim letzten Mal gilt es also momentan darauf zu achten, dass wir also hier möglichst die gebrochenen Widerstände nicht mehr wirklich nach unten verlassen. Wir haben momentan eine solide Unterstützung hier in den GLDs. Im Bereich der Tiefste der letzten beiden Wochen, 20 Tage Durchschnitt, circa im Goldpreis selber 1850 US-Dollar-Gefreienunze. Und solange wir da drüber bleiben, lasse ich auch meine Goldpositionen momentan weiterlaufen. Silberpreis momentan wieder auf einer längerfristigen Widerstandsebene hier angekommen. Da könnte sie vielleicht kurzfristig jetzt mal ein bisschen schwieriger werden. Allerdings sehen wir es auch hier, starke Aufwärtsbewegung überhaupt keine Konsolidierung. Also bei Silber würde ich jetzt kurzfristig gesehen ein bisschen aufpassen. Da könnte es mitunter jetzt ein bisschen schwierig werden. Aber vielleicht auch hier möglicher Startschuss in Richtung Norden. Ölpreis war die gesamte Folgewoche über stark. Wir sind wieder zurückgekommen über die letzten Unterstützungen, die wir gebrochen haben. Allerdings wiederum mit dem ganz, ganz klaren Nachteil, dass wir also hier einen empfallenen 50, 150 und 200 Tage Durchschnitt hier entgegen haben. Und dessen sind sich anscheinend auch die Saudis bewusst gewesen, dass wir also hier eine längerfristige Abwärtsbewegung haben. Die haben nämlich überraschend jetzt eine Ölförderkürzung angekündigt. Dadurch springt der Ölpreis heute in Richtung fast 80 US-Dollar je Barrel. Es wird also hier in den USA circa dann die Ebene um die 68, 69 herum sein. Aber selbst mit diesem Anstieg befinden wir uns noch immer längerfristig in einer glaskaren Abwärtsbewegung. Und ob wir die brechen werden oder nicht, das gilt es eben vorläufig einmal abzuwarten. Meines Erachtens eher mehr mit diesem Schub nach oben. Wenn dann auch das Gap gefüllt werden sollte, eher mehr eine gute Verkaufsmöglichkeit oder Short-Möglichkeit. Aber wir werden sehen, inwieweit sich da die Lage entwickelt. Und wie gesagt, momentan bin ich eher mehr ein Freund von Long-Gain bei guten Positionen als von Short-Gain. Gerade dann, wenn der Markthese hier in eine neue steigende Phase übergegangen ist. Übrigens, bitte hier auch nicht vergessen, wir sind jetzt momentan ein bisschen weit weg vom 9er und vom 20er. Das heißt, gerade mit dem Aufbau von neuen Positionen immer wieder ein bisschen aufpassen. Wir sind zwar ersten Tag drei. Meistens gibt es den ersten Stresstest zwischen dem fünften und siebten Tag einer Aufwärtsbewegung. Aber wir sind relativ kräftig nach oben gegangen und dementsprechend vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt die Rally in den letzten paar Tagen nicht mitbekommen hat, ist vielleicht ein Pullback zum EMA 9 oder 20, wie wir es eigentlich immer in einer Aufwärtsbewegung bekommen. Das heißt, dementsprechend kein Stress hier mit dem Nachjagen. Vielleicht auch die ein oder andere gute Kaufmöglichkeit dann da. So, kommen wir nun zum Portfolio. MHO habe ich am Freitag aufgebaut, nach diesem doch schönen Breakout hier in Richtung Norden. Wir hatten einen schönen Breakout-Pullback. Habt ihr im Chat sehr, sehr schön gesehen. Ich hatte die Aktie bei mir eben auf der sekundären Watchlist Intraday. Und dieses Setup, das musste man einfach nehmen. Also Entry war hier mit einem Stop hier unten. Also weniger Risiko kann man eigentlich gar nicht mehr geben in Richtung eines Trades. Habt dann bei 62,70 herum dann die ersten Teilgewinne mitgenommen. Bei 2 zu 1, 3 zu 1 fast auf den Trade. Restlichen Positionen habe ich dann auf plus, minus 0 abgesichert. Und am Ende des Tages ging es deutlicher in Richtung Norden mit viel Volumen. Trade, den ich dann aufgrund des sehr starken Schlusskurses Volumen war, ja okay. Es ist aber nicht wirklich jetzt der Breakout zu einem neuen All-Time-High. Weil dementsprechend war überdurchschnittliches Volumen für mich ausreichend. Und ich habe den Trade jetzt vorläufig einmal Swing Trade im Portfolio gehalten. Und Stop setze ich also hier ganz klar unter das Tief von Freitag. Also neue Position hier im Portfolio. Neuer auch im Portfolio ist Axon. Das war ein relativ easy Trade. Breakout noch oben hier. Das Volumen bedeutend besser. Doppelt so hoch wie Durchschnitt. Wir haben dann 2,22 investiert mit einem Stop im Bereich 2,20 herum. Hatten also 1% Risk bei 2,26. Und ein bisschen habe ich dann die ersten Teilgewinne mitgenommen. Ein Drittel einmal vom Tisch hier bei reichen des Widerstands. Ja und Rest der Position wird jetzt abgesichert mit einem Stop unter Tagestief. Leichter kann man diesen Trade auch nicht mehr machen. Selbst wenn ich ausgestoppt werde, habe ich insgesamt noch immer ein Worst Case Plus Minus Null Szenario hier. Weil wir eben hier schon Teilgewinne bei 2R mitgenommen haben. Das heißt von dem her sind wir da absolut relaxed. Und Startschuss in Richtung Norden sieht wirklich sehr, sehr stark aus. DKNG habe ich den ursprünglichen Startschuss hier nicht ganz erwischt. Wir haben uns dann am Donnerstag bei leichter Schwäche in die Aktie eingekauft mit einem sehr, sehr engen Stop. Den werde ich also auch hier beibehalten, nämlich hier unter diesem Tief. Die ersten Teilgewinne von mehr als 3% haben wir auch schon mitgenommen. DraftKings ist für mich eine Aktie mit einem mega, mega schönen Weekly Chart. Wunderschöne Konsolidierung im Break nach oben. Also wenn da die Aufwärtsbewegung weitergeht, wäre in der nächsten Hürde 21 und ein bisschen. Und wenn wir die auch noch brechen sollten im längerfristigen Chart, da wäre Spielraum auf bis zu 32 drinnen. Aber natürlich mit immer, wie immer natürlich der Hinweis, gerade die Aktien, die also stark geprügelt sind und nicht wirklich Leadership Aktien sind, da muss man mitunter natürlich auch immer wieder an meinen Deutz mehr aufpassen. Aber wie gesagt, man kann sich also daraus dort oder da auch mal so überverkaufte Aktien schnappen, wenn dann eben gerade auch sichtlich ist, dass wir von einer Bodenbildung in eine mögliche Stage 2 Phase, sprich Aufwärtstrendphase dann eben hier übergehen. Was eher mehr für mich Leadership war jetzt in den letzten 3, 4, 5 Monaten. Wir haben uns seit Mai eigentlich sehr, sehr stabil verhalten bei Hubs. Sehr schön, wie wir den Breakout hier am Tag 1 bereits getradet haben, hier am Mittwoch. Mit sehr, sehr geringem Risiko. Risiko war im Bereich 1,5%. Wir sind schon mega nach oben geschossen mit der Aktie. Haben natürlich auch schon Teilgewinne mitgenommen. Für mich jetzt momentan auch wichtig ist, dass wir den Breakout auch hier über dieses letzte Hoch auch halten können. Wenn wir das nicht halten, bin ich wieder draußen aus der Aktie. Sprich, ich möchte also nicht mehr, dass die Kurse deutlich unter das Ziel von Freitag hier zurückkehren. Das sind die Grundvoraussetzungen der weiteren Aufwärtsbewegung. Wenn doch, dann gehe ich kurzfristig raus und suche mir dann eventuell neue Investmentmöglichkeiten in der Aktie vor. Haben wir auch extrem gut erwischt hier am Mittwoch, Folgewoche beim Break nach oben. Sind mittlerweile mit der Position fast noch nicht ganz 10% im Plus. Auch hier haben wir bereits Teilgewinne mitgenommen. Und hier haben wir ein ähnliches Bild. Wir haben eine wichtige Widerstandsebene gebrochen. Das heißt, auch hier möchte ich nicht, dass die Aktie also hier einen Fehlausbruch hinlegt. Und wir können also somit den Stop unter das Tief der Breakout-Kerze nachziehen. Und das ist das Schöne einer ganzen Gesamtsituation. Wir haben eigentlich bei all unseren Setups momentan schöne Breakouts, auch in längerfristigen Formationen. Und können also somit das Risiko super, super gering steuern. Und das ist natürlich auch sehr schön fürs Portfolio. Workday war auch eine mega Bombe hier beim Breakout über die Marke von 193. Mittlerweile super gestiegen. Mittwoch, Donnerstag, Freitag waren wahrlich sehr, sehr schöne. Gewinntage, Teilgewinne haben wir hier schon mitgenommen. Und den Rest der Position werde ich also hier mit einem EMA 9 als Trailing Stop trailen. Denn das war eigentlich bis dato, wenn man sich so die letzten Aufwärtsbewegungen anschaut, immer wieder der beste Trailing Stop. Natürlich sollte man also auch da so ein bisschen Spielraum nach unten lassen, damit man also da bei leichten Verletzungen in 3D nicht ausgestoppt wird. Aber ein Close unter EMA 9, sprich Schlusskurs unter EMA 9 wäre also hier mein Exit. Und ansonsten versuche ich jetzt momentan die Position weiterlaufen zu lassen. AGI absolut top. Entry war hier unten mit einem doch engen Stop und wunderschöne Aufwärtsbewegungen. Auch hier haben wir den EMA 9 als Trailing Stop. Und Position ist mittlerweile mit noch nicht ganz. 20%, 15% sind wieder ein Plus. Lassen wir einfach weiterlaufen, solange wir sich hier wie gesagt den EMA 9 nicht nach unten verletzen. Sehr, sehr schöne Aufwärtsbewegung. Dann haben wir noch Shutterstock. Das ist eigentlich der einzige Aktienportfolio, wo ich sage, da könnte vielleicht doch ein bisschen mehr gehen. Aber ist relativ klar, unter dem Tief der letzten 4-5 Tage wollen wir die Aktie dann nicht mehr fallen lassen. Das wäre der klare Exit, weil ansonsten laufen wir Gefahr, dass wir da vielleicht einen Outside Reversal oder das letzte Tief hier zumindest wieder testen bei 67. Und das wäre mir dann auch vom Risiko her ein bisschen too much. So, Chevron wollte ich eigentlich die ganze Zeit bei einem leichten Pullback hier aus dem Portfolio schmeißen. Short Entry war hier, Short Gewinne hier mitgenommen. Mittlerweile ist meine Position hier wieder auf Plus, Minus, Null, weil ich wie gesagt die ganze Zeit um die 160, 161 die Position schließen wollte. Heute mit dem Jump im Ölpreis gehe ich immer davon aus, dass die Aktie wahrscheinlich den 50-Tage-Durchschnitt testen wird. Aber ansonsten, wie gesagt, leichte Schwäche in Richtung 160, 161. Das ist die einzige Short Position, wo ich nur noch ganz, ganz, ganz wenig drinnen habe. Aber letzten Endes wollen wir hier natürlich dann die Position bei Schwäche dann beenden. Ansonsten war es eine unglaublich starke Woche für das Portfolio, unglaublich starke Woche hier auch bei Ratgeber Geld. Und welche Positionen als nächstes für uns interessant werden könnten, das schauen wir uns jetzt noch an.